Es kommt ein krasser District, ja? Ja? Auf geht's. Ich spiele Minecraft jeden Tag, das macht mir nämlich richtig Spaß. Nie alleine, denn das ist was für uncoole Schweine. FIFA, die, das, das macht mir keinen Spaß, denn da spielt nur Colin, der kleine Spast. Und wer spielt dieses Spiel Fallout 4? Das Spiel ist doch von mir. Aber warte, der District ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt Fortnite dran. Yeah. Das Spiel ist doch fast tot. Da spielt doch keiner mehr. Außer David, der kleine Noob. Ich spiele gerade auf dem Laptop meiner Schwester, denn ich war nie back und war nie weg. Also deinstalliert eure Spiele und holt euch einen PC und spielt Minecraft. Das Spiel ist nämlich GG. Also abonniert mich, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Ja, ja. Ciao. Das war nicht hoch. Das war nicht hoch. Those war nicht hoch. Das war nicht hoch.